Hallöche Muchachos und seid herzlich willkommen bei den Losers und beim weiteren C-Game mit dem Deco und mir, grüß dich. Hallo Muchachos. Hallo, hallo. Ich hab gerade wieder Faxen vor der Webcam gemacht. Und uns ist heute, ja zwei Sachen sind uns heute klar geworden. Erstens, Lux und Vega funktionieren nicht auf der Botlane. Nein, nein, das kann man nicht sagen. Und zweitens, sei ruhig, und zweitens kann man nicht mit Thresh-Teleport-Laterne hinter einen werfen, der die dann nimmt und dann mit Thresh-Superman-mäßig zum Brauteln. Falls ihr nicht versteht, was er meint, ich habe es auch nicht verstanden, bis wir es dann getestet haben. Ich meinte auch nur, dass man... Ja, ich wollte echt... Warte, warte. Ich guck mal, ob ich die WhatsApp-Nachricht noch habe, wo du das sagst. Also, das Ding ist, wir machen das Schritt bei Schritt, sozusagen, Step by Step. Ich bin der Thresh, werfe die Laterne zu Nautilus und teleportiere mich in demselben Moment zu einem anderen Tower und versuche dann so, dass ich und der, der die Laterne genommen hat, hier oben dann sind, bei dem Tower. Hat aber leider nicht funktioniert, also das klappt nicht. Zwei Dinge sind zu uns heute klar geworden. Dritter Klarpunkt heute, ich habe noch nie Yasuo gespielt, aber das wird uns... Und wir spielen schon wieder eine Troll-Botland. Ja, Troll, nicht unbedingt. Ist das ein Schuss nach vorne, oder? Achso, ja, okay. Ist ein Schuss nach vorne und du sollst möglichst was treffen, sonst gibt es hier keine Aufladung für dich. Okay, gut. Wie viel Schaden macht das? Oh, okay. Hättest du ja gerade übrigens ein E reinhauen können. Ja, wie denn? Ich habe meinen Coo. Mache ich doch, deinen Coo reinhauen können. Ne, das war ja auf Abklingzeit. Das hat doch gar keine Abklingzeit. Mein E hat keine Abklingzeit. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, wie du es schaffst, ne? Yasuo, so ein Champ, der insgesamt, auch auf der Ulti, insgesamt mit allen Skills, vielleicht drei Sekunden Abklingzeit hat oder so. Vier. Schaffst du es, äh, irgendwie in der Situation, wo man was hätte brauchen können, Abklingzeit zu kriegen? Das ist, das ist haarig. Ey, das sind die Mechanics. Ich würde gerne was machen. Jetzt sliden, jetzt sliden wir. Ich weiß nicht, ob das geht. Hallo, ich spiel zum ersten Mal. War runter. Was hat das denn nur für eine kleine Range? Ich mach's nochmal. Ja, du kannst das, das hat keine Abklingzeit. Was willst du noch haben? Ja, mein Slide hat keine Abklingzeit. Ein Global Slide ohne Abklingzeit. Oh, wie gut. Oh, da erinnere ich mich übrigens gerade an das, äh, Was war das erste April-Video zum Release von Lee Sin? Achso, das Ding. Wo Nasho einfach, einfach stirbt, wenn er Lee Sin sieht und wo Lee Sin aus der eigenen Base raus mit dem Coup in die gegnerische Nexus fliegen konnte und ein Quarter, äh, Pettacill gemacht hat. Ach cool, der kann ja sogar den Tornado machen. Tornado! Das ist doch der Sinn der Sache. Drei Aufladungen für deinen Coup und der dritte Ding ist dann dein Tornado. Zeig ich doch nochmal ein bisschen. Ich kriege ja die ganze Zeit voll in die Fresse und du tschitzst ab wie so'n Affe die ganze Zeit im Dschungel rum. Endlich macht er mal was. Ey, Nautilus, Nautilus ist John. Ich hab Timo aus meinem Busch vertrieben. Das ist mein Busch, Timo. Mein Busch! Ich würd gern... Wenn ich in Ruhe fahren hier wenigstens. Weil die, die Magic-Mans nicht angreifen. Ja. Ich seh schon, das wird schwierig hier mit Marvin auf der Lane. Achso, hab ich jetzt so'n Stahlsturm? Ich glaub, jetzt hab ich einen. Stahl was? Ja. Hab ich nicht. Warum hab ich keinen? Das siehst du doch, ob du... Doch, das heißt, du hast einen hast oder nicht? Oder ist das dein Schild, die Tripp... Nee. Eigentlich müsstest du einen Stahlsturm haben. Wenn du jetzt Q machst... Mach ich mal? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es wieder weg, weg deine Aufladung. Achso, woran sehe ich denn das, wann das weg ist? Der wird irgendwo oben so'n Leiste sein über deinem scheiß... ...Skill-Display. Alter, als hätte der Junge noch nie Leute gespielt. Läuft bei mir! Ach, jetzt? Jetzt brauch ich noch einen. Einen. So, jetzt hast du den Sturm. Sturm? Okay, dann gehen wir jetzt rein, komm! Power Rangers! Was mach ich da? BIM! Der Naut muss wieder... Der Diko muss wieder klären hier. Alles Liga. Diko klärt das! Aber das ist cool, der Champ. Also, wenn ich hier nicht failen würde, wie Hagrid, ohne seine Behausung im Freien, dann wär das ganz geil sein, kriegt. Du kannst viel mehr so'n! Wenn du nicht failen würdest, wie... ...Malfoy im Verborgenen Wald. Das wäre eine, eine Harry Potter, äh, ich hab' vergessen, wie das heißt. Mitapher? Mütlich gesprochen, genau, Metapher. Eine Harry Potter-Metapher, die Sinn ergeben würde. Null! Oh! Da ist sie weg, weggeflasht. Da ist... Oh, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Oh! Shaco, Shaco, er ist fast tot. Cool, ey, diesen Champ muss ich mir mal aneignen. Ding. Ihr merkt, ich kann den Null, aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Weil du mich hast. Ohne Deku wärst du verloren. Hallo! Weißt du, was, wie du... Gelegt da? Da waren sie, Jungs! Ja, da waren... Ey, läuft bei mir! Zweifle mit dem Jungen. Ich wollte diesen Tag bis zum Ende. Ist doch alles super! So, wollen wir gleich wieder reingehen? Ja, wenn ich meine Windwand habe, dann kann ich ein bisschen ablaufen. Jetzt sind gerade ziemlich viele Minions da. Du kannst doch schon mal deinen Crew da reinhauen. Bin schon unterwegs. Oh, es sind richtig viele Minions da. Lass mich in Ruhe, Tito! Es sind viele Minions. Tito. Tito, du kriegst hier gar nichts. Ich hab' gerade schon einbekommen. Oh, warum haust du da drauf, ey? Hat dir Chewbacca ins Gesicht gekackt? Das fände ich eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich gern nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Lass dich aber sterben. Ey, du bist Angst machen. Ey! Hör mal Bossa, ne? Sohn doch mal, sohn doch mal! Sohn doch mal, sohn! Ich kann nicht, ich kann nicht, lass dich einfach sterben. So missgünstig schon wieder. Wollen wir rein, YOLO? Wann ne, ein paar Minis, doch dann bin ich Level 6, dann mach ich den YOLO-Move. Ich müsste auch noch ein paar Minis, der wäre ja auch Level 6 und dann hätten wir so Ulti-Multi-Kombo. Auch Ulti-Multi-Klinge werden. Ulti-Multi-Kombo auf du. Darauf warten wir, ne? Das war ja eigentlich der Sinn der Sache, wo auf diese Lane ausgelegt war. Genau. Der Such ist Ulti. Bam! Oh fuck, ich bin sogar tot! Du hast doch Deko. Und? Reicht das? Soll ich meinen Heal noch nehmen? Ne, ne? Ne. Braucht den Chaco nicht. Ich will fliegen! Fliegen, Ulti-Los! Easy geklärt. So easy, wie sich Nautilos in die Lüfte erhebt, habe ich gerade diesen Gank geklärt. Ja, kommen sie dann! Oder willst du da bleiben? Ja, wir müssen doch deffen hier. Deffen, deffen, deffen. Während du da irgendwo rumchillst. Ich brauch noch nen Trank. Jetzt kommt Papa wieder. Jetzt hab ich meine Ulti. Jetzt muss ich back, damit ich da bin, wenn du dann okay. Pass auf, die kann ich umbringen gleich mit nem Headshot oder nem Ulti. Ne, nicht. Fast. Nautilos hat auch OP. Oh! 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 Hallo! Können wir da noch was machen? Oh fucking yeah! Ich muss hinkommen, ich muss hinkommen! Ich komm nicht ran! Let Deco reaches! Yeah! Too easy for Deco! Eigentlich... Sehr schön! Ich habe erstmal von Chaco einen Support bekommen, oder? Ich habe erstmal von Chaco einen Support bekommen und dann habe ich den Kill bekommen! Und der... Ich brauche ein Award-Item. Wo ist das Award-Item? Ich brauche mal nen richtigen Supporter! Da! Richtig so! Flame nicht die Leute, die dir die Nüsse retten! Sonst werden deine Nüsse irgendwann gecruncht! Ich glaube jetzt habe ich ihn, ist das richtig? Kann ich das richtig einschätzen? Ja, jetzt hast du deinen Wirbel... Wirbelswirbel! Und dann muss ich R drücken, um den zu haben? Und dann musst du R drücken, du kannst auch nur dann R drücken! Ich hatte gerade R gedrückt und dann spuziert. Das war ja auch besser auch so. Ja, das war besser! Ohohoho! Tito, Tito! Langsam lerne ich den Choco hier! Wer's glauben wird selig, aber... Wir glauben ja auch an fliegende Raben und so. Jetzt hab ich's, jetzt hab ich's! Bam, bam! Hui! Papi, Papi! Papi, Cholo! Papi, Papi! Ey, das war ja der Double Cholo Visian of Doom! Wie lange hat meine Ulti gebraucht hat, um da zu sein, ne? Ja! Okay, sie haben auch healaktiviert, ne? Aber, Yasu gefällt mir ja sowas von dem werde ich mir sowas von... Chaco war übrigens gerade hier irgendwo, ne? Also beim Drake, ne? Aber ich glaube, ich muss mal mehr sliden! Jetzt hast du übrigens auch wieder deinen Teil gehabt. Aber der hat einen... Der hat einen... ...Pilz da, deswegen... Nicht hingehen, nicht hingehen, warte! Wollen wir ihn... Ja? Papa, kommt jetzt! Fick Arsch! Was?! Wie konnte ich denn meinen Cuda verhauen? War das überhaupt menschlich möglich? Meine Ehre! Menschlich weiß man nicht, aber beim Boss auch möglich war's. Ja, hallo! Da kommt Chaco übrigens! Ach, da ist auch noch... ...der liebe Melfight! Flieg! Nautilus! Flieg! Ja, wir gehen lieber einmal rum, das ist sicherer. Und ich kann mir richtig vorstellen, jetzt macht er ja noch nicht so viel Damage, wenn er erstmal hier deinen Star-Take Chaco hat da, dann macht er ja richtig Schaden. Star-Take Chaco auf du? Nein, er hat mich ge... ...ausgedodged. Was du wolle! Jetzt hole ich mir meinen Damage Spike! Jetzt hole ich mir meinen Damage Spike! Ohhhh... Der Melfight geht gut ab! Der Dilko schmiert ihm wie immer die Kacke! Ja, ich werde sogar vom Gegner geflamed! Weil ich zu gut spiele! Ich habe einfach gerade Cassadin den Arsch gerettet. Und werde dafür von Marvin geflamed. Das ist mein Schicksal, aber... ...Helden leben mit ihrem Schicksal. Hahahaha... 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 Check! Hahahaha... 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 Du hast mir selber gesagt! Ja, brauchst du aber nicht für dich Ulti! Jetzt komm! Jetzt nein! Oh, ich hab nicht geguckt! Und jetzt! Ey, dann mach ich mein Ulti, ne? Und Marvin rennt weg! Ich weiß nicht was... Ich... Ja, aber ich doch! Die müssen doch nur hochfliegen! Ist doch scheißegal, ob du das machst oder ich! Komm zu dir die! Ey, das muss... Hier wieder ein Kill gefickt werden, weil ich... ...da reingehe! Da ist übrigens der liebe Shaco! Ich weiß! Und ich bin weg! See ya! Shaco, du bleibst hier! Soll ich da nochmal was machen? Ich weiß nicht, welcher von denen wer ist! Ah, der hier! Da ist der Richtige! Da mach ich mir hin! Wuuuh! Tata altijdatata Los, bring den anderen um, dann kannst du dich auch umbringen. Los, tue's! Wow, das war close! Ich wärts eiskalt getan. Ich weiß! Aber ey... Man, weil du mich manchmal so auffreggst. Jetzt kann ich verstehen, warum ich im Rank auch immer diesen jungen ... Oh fuck! Please die! Please die! Ich würde gerade niemanden daran hintern, Marvin zu töten, wenn die halt kommt. Der Wind wandt auch nicht weiter. Yasuo läuft. Richtig geiler Champ. Warum habe ich den vorher noch nie gezockt? Weil er nicht für die Play war. Um mich selber zu... Da haben wir die Begründung. Und jetzt kommen wir dann. Kommen wir dann. Wollen wir das mal auf der Boardlane im Rank zocken? Diese... Nein. Nein? Okay. Nein. Meinst du, da muss ich Yasuo erstmal ein bisschen können? Da brauchen wir ein ADC. Wo ist dein rotes Trinket? Du hast doch schon deinen... Wo hast du ein rotes Trinket? Hör die Schnauze. Niemand weiß, ob er aufmachen. Wir brauchen keine roten Trinkets, weil die nicht warden. Ja, aber Pilze? Ja, die sammle ich doch rein. Ich muss doch leckerer Pilzsuppe machen. Da kommt übrigens Malfight. Wieso läufst du weg? Weil ich es kann. Jetzt! Da war dein Ulti. Ja, reicht. Was? Stay. Komm weg. Komm weg, bitches! Nauti, los, du Tanki. Oh mein Gott, ich spiele den echt nicht gut, aber es läuft trotzdem. Ja, weil der liebe Aharuke und der liebe Dekko dir den Arsch saven. Und dir alle Kills schenken, damit du irgendwie... Was kriegst? Hier, weiter. Wieso bist du, läufst du weg? Ich will den gar nicht machen. Ich aber... Wo warst du war, Len? Nein, da geht's. Nein, du hättest ne Ulti gehabt. Ja, ja klar. Oh yeah! Lauf, Bitch! Forest! Was?! Ich lass mal auf ihn sterben! Ich hatte keine Windwand! Oh, das wär doch so ausgetänzelt gewesen. Und ich liebe Yasuo, ey. Den werde ich mir Insta kaufen, wenn ich die 6-3 habe. Aber sowas von. Den werde ich jetzt öfter spielen. Den werde ich jetzt öfter spielen. Was für ein Broken Champ. Was hat der Gegnerisch hier Yasuo? 1-4, okay. Ja, wie ich einfach meine Zitate anbringe. Yasuo mit muss gesittelt werden. Ja, das stimmt. Yeah, wer sind die Pilze? Hast du deine Ulti? Kommen sie dann, kommen sie dann. Ja, die sind doch Frischfleisch für euch. Ich will einen Support haben. Ich wollte eigentlich nur den Support haben. Alter, wenn man den Coo trifft, dann hat er ja nur eine Aktienzeit von ungefähr 1. Ach was? Sie kommen ran hier, wir wollen Drake machen. Ja, fahr runter. Ja, der liebe Haruko muss das wieder die ganze Zeit für dich tanken. Ah, läuft doch. Läuft doch. Hallo! Hate is gonna hate. Oh, Haruka kein Ulti leider. Aber ich habe Ulti. Müsste nur... Schön abgeblockt. Oh fuck, nicht getroffen. Ich hätte Lust da rein zu gehen. Ich will den Winner mit Ulti starten. Ja, ja, ich könnte meine Ulti reinhauen. So. Warte. Schade. Jetzt. Da ist doch dein Ulti raufhauen können! Hab ich doch schon gerade gemacht. Du brauchst doch keinen Coo! Wir müssen doch nur oben sein! Ach so! Ey, was? Das musst du mir doch mal sagen! Ey, ich habe das schon zweimal gesagt oder sowas, ne? Und hab nicht weiter erklärt, weil ich denke, er weiß das, wenn er Chasuo spielt, dass er nur die scheiß Typen hochschlagen muss. Und weil man ja so in der... 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 in der Kombi spielt mit Malfight oder mit Nautilust oder... wer auch sonst über hochschmeißt! Alter, bin ich so... Mit Nami! Bin ich so ein... Riecher? Ja, du bist ein Riecher! Stinker bist du, Alter! Hahaha! Es läuft an dir! Ohh... So ein geiler Champ! Oh f***! Boah, wer rasiert? Endlich Es hat geklappt Wir müssen jetzt eigentlich noch so ein Jesus-Ei spielen Ihr kommt hier nicht ran Bam Dieser Schaden ist ja mal Richtig Aber geht man mit ihm gar nicht auf Live-Fight? Cool, lass draufgehen, lass draufgehen Nein, ich bin blind Ich war blind Die ganze Zeit Was ich aber gelesen habe Wenn man blind ist Und man AOE-Damage macht, der trifft trotzdem Taub und blind Oh, da gibt es so ein geiles Lied von Edgar Wasser Ne, das war mit Staubsturmen, glaube ich Rächle mich, Malfight Rächle mich Rächle mich Ich war der Rino hier Was hat denn der Yasuo so? Achso, deswegen mache ich so krass viel mehr Damage Es lag nicht an meinem Skill Dazu wieso nicht Ähm, hier Ich gehe da hin Rächle mich Timo, Tito Oh, den kriege ich aber Mach Ulti auf irgendwen Auf Ulti, auf irgendwen Alter, das war ja mal Deine Ulti Malfights Ulti Und meine Ulti Nein Oh, ich hätte doch perfekte Stanz Oh, das war mal gut gemacht Da hast du dir selber den Arsch grettet mit Skill Mit Skill, ne? Oh, fucking yeah Ich bin mit der Yasuo zwar in Loop, aber Hallo, du kommst mir nicht weg Kein Abstauber Oh, yeah Ne, das nennt man Map Awareness Ich pass auf Aber ich bin auch schon so viel fetter Hallo Alter Frecher Damage Frecher Damage Blinded by the light Frechocino der Maggio Kann ich da rüber gehen? Oh, Redbuff wäre gar nicht so blöd Kann ich da rüber? Wieso kann ich da nicht rüber? Ah, geht doch Hallo Oh, fuck Oh, Fukushima Broken Knees Oder Brokenness Was für Fukushima Hallo Wow, fucking Nein, save my butt Oh, yeah I say what what in my butt I say what what in my butt Da hat der Jace mir sowas von die Lille gerettet Oh, yeah Thank you I am the strong Oh, wir haben die Leute schon wieder nicht vorgestellt Scotty Dann machen wir das erstmal Wir zocken im Team mit dem Haruke Muke I am the strong JQ Nexus Im Gegnerteam Mr. Terdi SKT T1K Fälscher PrinceBang66 Chimpy22 Und BlueSkiller Ja, GG Good luck and have fun sozusagen Nach Minute von der Zeit Dafür ist es schon etwas zu spät Hast du dein Ulti Ich will da gleich rein Sei bereit Ich hab mein Ulti Sei bereit Sei bereit Wer ist denn der Schako? Oh, fuck Komm jetzt rein YOLO Irgendwo drauf Muss doch da sein dafür In da Gleich kommt's Gleich kommt's Jetzt kommt's Boats Boats Hohohohohohohohohoho Fuck Timo Timo, Timo Oh mein Gott, ey, man kann ja sagen was man will ne, aber Nautilus ist fucking tanky. Ganz ehrlich, Catelyns Höschen wurde gerade in 20 Milliarden Einzelteile gesprengt. 20 Milliarden und ein Einzelteil. Diese Schild, ey guck dir mal das Schild an. Bäm, du bleibst stehen. Oh fuck, bei mir läuft. Oh fuck, kommt da geht einer ran, jawoll, da geht's ran. Was passiert hier? Oh fuck. Dude, wird cool. Ich will eigentlich nur mal rein. Ich bin weg. Oh fucking yeah. Ich geh noch mehr auf Tankiness. Ich werde Tankiness abdaktieren. Ich hab noch kein Abgehen, ne? Irgendwas, irgendwas! Nein! So knapp! Ey, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich das hochladen soll. BAMS! Okay, dass ein zu krasses gestorpt ist. Aber wir laden uns schon alleine deswegen hoch, weil es das erste Mal Yasuo ist. Es kann hier nur besser werden. Ja, Yasuo! Aber wie lange es gedauert hat, bis ich gedacht habe, dass die Leute nur in der Luft sein müssen. What the heck! Ey! Aber es ist jetzt, wenn wir auch mal sagen können, Mr. Ich check nicht, wie man das nicht wissen kann. Ich dachte, ich muss immer mein Q treffen. Darum geht's doch bei dem scheiß Jam. Deswegen auch die Kombos mit Oriana und mit Malfight und mit Nami und das ist eh nicht was alles. Ja. Jetzt weiß ich's ja. Man nervt immer was dazu. Aber ich glaube, das ist bis jetzt der krasseste Jam. Das ist so, als würdest du jetzt dazulernen, dass 1 plus 1 2 ist. Jetzt sei mal nicht so misgünstig hier. Ich bin nicht misgünstig. Aber von den Damage per Second könnte ja so echt der krasseste sein, ne? Gerade mit seinen Abwinkzeiten. Ist doch nicht mehr normal. Keine Ahnung. X-PLOSION! X-PLOSION! Da DILCO! BAM! Du bleibst stehen! Ich find das auch so geil, das ist der erste Auto-Attack von Nautilus in meiner Stunt. Beziehungsweise festhält. Finde ich so krass, ey! Der Chaco ist auch ein bisschen am trollen. dann hole ich mir wo ist er wo ist er und hier die auf ihren titel soll der hier drin hier drin ist er wir müssen mal hier die die muss an den hib Beybos machen Schade Ihr wollt dein liebes Lied Ihr kriegt dein liebes Lied Ein Lied, das ihr liegt Wow, fuck Wuh Alter, wo kommt denn der Damage plötzlich her? Das kann er wohl auch wiedergeben Jetzt wunderst du dich, dass ich ja sowieso einen Schaden habe Den Damage habe ich gar nicht erwartet Ja, suchen wir so einen Schaden Ich glaube, der höchste Schaden Wenn ich ihn spiele, Deko Aber ich Boah, krasser Damage Jetzt nicht mehr geschafft, meinen Heal zu drücken Das will ich ihm nochmal zurückgeben Das will ich ihm nochmal zurückgeben Bistilus, du Tanki for you Ähm, tu mir mal einen Gefallen, fahr mal in den Ulti Mach dir den Nexus rein und ich verschwinde gleich in den Nexus Oh, du bist tot Niemals Nein Oh, fucking yeah Das Ignite Ignite hat mich vergewaltigt Was hat der Okay, BlueSkiller Ich möchte gerne mal wissen, ob du Yasuo schon öfter gespielt hast Oder ob ich hier der Einzige bin, der Yasuo das erste Mal zockt Aber jetzt, wo er free to play ist Zocken ihm bestimmt viel das erste Mal Penta-Kill Oh oh, oh oh, Kasadin Oh Close, bitch Was? 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 Dreifach-Titel und der verkackte Ernst? Oh, was noch? Ich muss doch mein Ulti da reinhauen Ja, also wo haben wir denn einen? Das ist die Geschichte ist doch nichts Dann sind die wieder da Noch 10 Sekunden, mich beenden Das wird nix Nee, ist vorbei GG, muchachos Das war ein Sea-Game von den Losers Mit Einen Leuten hier vorgestellt haben Ja, war cooles Game Erstes Mal Yasuo Mit Deko ordentlich gerockt War richtig geiles Game Damage on Mars Wenn es euch mal entlastet einen Daumen nach oben da Und ich denke mal in nächster Zeit Wer ich den Yasuo mal öfter auspacken Ein bisschen zu handeln Also Reingehauen Bis zum nächsten Mal Reingehauen, muchachos